Sir, das sollten Sie sich ansehen. Wo kommt das her? Haben wir aus dem Wasser gefischt. Alarmstufe Rot. Feuerbereitschaft. Alle Waffen laden. Was soll man? Die Trümmer davon werden sich über die gesamte Hemisphäre verteilen. Es ist nach wie vor unklar, was genau Hongkong getroffen hat. Mein Gott. Warum haben die uns nicht getötet? Was zum Teufel habt ihr mit uns vor? Wenn fünf Schiffe sowas anrichten, was glauben Sie, was 50 anrichten oder 500.000? Wir sind Zeugen einer globalen Vernichtungsaktion. Wie lauten Ihre Befehle? Wir gehen nicht unter ohne zu kämpfen. Die Trüche auch. Feuer! Boom!